So, unser Spital ist überfordert hier mit der Psychiatrie. Wir haben hier schon elf Kunden sitzen. Ich hoffe, der tut auch mal da weiter. Ja, haben wir Auszeichnungen bekommen. Arbeitgeber des Lehrgangsaufsteiger in der Stern. Danke. Ein zweites Zimmer zu bauen, ja. Zweites Zimmerchen? Weite Bildung abgeschlossen. In Standhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Okay. Passt doch mal eh zu Assistenten. Dann Top-Assistenten einranchen. Wir könnten jetzt eigentlich auch Dings bauen, ne? Es läuft nicht so rund. Die Schildstellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Heute wurde ein Bericht veröffentlicht, dem zufolge Two Point County über die beste medizinische Abdeckung im ganzen Land verfügt. Und obwohl die Autoren nicht ihre Hand dafür ins Feuer legen möchten, was in den Hylotology-Camps vor sich geht, sind sie ziemlich sicher, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Für mich ist das mehr als ausreichend. Das schadet auch nichts. Macht ein bisschen schöner und alles hier. Der Erz, die kommen wir auch nicht nach. Noch zwei bauen. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Handlungen werden wir da machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Dann habe ich schon... ...dass er sind. Jetzt wirkt sein Spannendes bisschen was... Aber es läuft jetzt ganz gut bis jetzt. Und zur Station gebeten. Es wird ein Krakenpfleger benötigt. Werdung? Ja, geben wir es ihm. Ohne Todesfall. Ja, probieren wir es. Tausend. Fünfzigtausend. Fünfzigtausend. Aber wir könnten das rechts daneben da nehmen. Ein Krakenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Wir haben leider noch keine. So. Wann ist er eigentlich? Auf Radio Two Point. Könnt ihr euch das vorstellen? Der alte Henry Jobsworth, unser örtlicher Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, droht damit, den Bockmistelhof zu schließen. Anscheinend ist der Hof mit Kühen, Schweinen und Hühnern verseucht. Immer weiter so, Henry. Sehr, sehr schön. Natürlich wollen jetzt alle eine Beförderung, aber es läuft ja auch sehr gut bis jetzt unser Krankenhaus. So. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Können wir uns ja gar nicht auch beschweren. Es ist ja gut. Du bist ja gar nicht. Du sollst du mir noch zwei Ärzte auf jeden Fall anstellen? Es dauert noch mit der Farbtherapie anscheinend. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So, wieder kurz weitergemacht. Mal prüfen. Mal prüfen. Eigentlich, wenn der Chefarzt ist, gib mir mal da. Okay, noch ein bisschen in die Höhe. Ein Arzt in die Arztpraxis bitte. So. Meine erste Kündigung, die ich bekommen habe. Aber wir kriegen das schon hin. Wir stellen da noch zwei Ärzte ein. Solange alles gut läuft, kann man nicht so etwas erlauben. Farbtherapie nach Hause schicken. Mit der Farbtherapie leider noch nicht so gut. 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 Jetzt weiter bilden. Diagnostik wäre natürlich ein wichtiges Ding, Weiterbildungslehrgang. Jetzt. Wollen wir kurz wieder unter ein bisschen sein, aber das ist doch egal. Ja, schönen Profit gemacht jetzt in dem Monat, also das Geld ist ja sehr gut unterwegs. Natürlich habe ich jetzt wieder viel in Ausbildung, aber das ist dann wieder ein, zwei Monate verkackt, kein Geld, aber dann soll es wieder laufen. Ein Krankenpfleger wird in der Auge gebeten. Der allgemeinen Diagnose verlangt. So. Okay. 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 Boom. Allgemeine. Zum Greinen. Boom. Haben wir auch gleich, sehr gut. Und Gesichter fressenden Clowns. So, Farbtherapie. Wir werden mal gleich bauen auf jeden Fall. Wir werden dann mal Forschung zukommen lassen. Wir werden noch ein bisschen an Forschung arbeiten. Dass da auch mal was vorangeht. Ging's mit Geräusch, ne? Wir arbeiten eine brav bis jetzt. Deswegen können wir da ruhig eine Förderung abgeben, also eine Beförderung. Dann wird die Psychiatrie wieder viel los. Dann noch eine zweite zu bauen ist halt unneutig. Das Jahr ist fast vorüber. Willkommen. Wow, Ganghaus ist besser vor. Das war schon gar kein Haus des Jahres. Das war schon. Ja, das ist super. Jetzt schon. Zeigen Patienten. Jetzt werden zehn Patienten gehalt. Hoffentlich. Das ist beendet. Gut, aber das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.